So, als nächstes muss jetzt die übergroße Fracht zum Lager raus. Alte! Das ist eigentlich total dicht bei. Das Problem ist nur, ich komme hier nirgends durch, glaube ich. Ich glaube, ich muss einmal komplett außen rumfahren. Scheiß. Na gut, hilft nichts. Naja. Töp. Naja, hier. Ja. Ja, quer durch. Also, würde vielleicht mit einem Kleid-Anhänger gehen, aber nicht mit dem großen Lager. Oh, nee, ne? Jetzt liegt er schon wieder auf, dieser verdammte... Anhänger. Ah, das ist schön, ja. Das ist das, was ich brauche. Bei mir auch. Oh, nee. Oh, nee. Okay. Nein! So. Ah, der Ange steht zu weit weg. Tolle Wurst. So. Ah, der. Nööö, was soll er das jetzt hier? Ah, Schande ey! Anhänger steht zu weit weg! Okay. Okay. Vielen Dank. Da ist er. Sehr nice. War eine schwere Geburt. War echt eine schwere Geburt. Aber jetzt hat er es geschafft. Das war echt, äh, haare. Um Haare ist breit, wie man so schön sagt. Oh ne, jetzt geht das hier schon wieder los. Jetzt, jetzt setzt der Anhänger auf. Oh ne, jetzt geht das hier. Oh ne, oh ne. So... Das war's. E is on tight. Ja, dann is hier aber auch ne ganz schöne... Kurverei. Ja, weil wegen... die Straßenkurven so eng sind. Aber ich glaube trotzdem, wenn ich die Frachtteile hinbekomme, dass ich immer noch schneller bin, als wenn ich sie... als wenn ich zweimal gefahren bin. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, richtig. Ja. Ja, stimmt. Aber so wie es momentan aussieht. So. Oh nee, jetzt muss ich wirklich da hin. Scheiße, hier komme ich doch niemals rum um diese Kurve. Ja. 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 Das heißt ja noch lange nicht, dass ich das auch hier abliefe, dass ich dann noch hier wieder zurückkomme. Gut. Stufe abgeschlossen. Was muss ich denn jetzt noch machen hier? Boah, was denn das für eine Riesen-Scheiß-Aufgabe? Stahl, Trigger, Beton, Platte, Zement. Da, Zement. Nein, die kann ich ja nicht von hier mitnehmen. Boah, ist das eine riesengroße Aufgabe, ey. Von Nordhafen Frachtcontainer, Beton, Platte. Puh. Ich hätte gedacht, ich bin jetzt durch. Verdammt. Ich bin jetzt schön in die Nässe gesetzt. Mann, ey. Alter, was ist denn das hier? So, jetzt habe ich. So, jetzt habe ich. Was ist das hier? Nein, Mann. Ich bin echt tot die Nässe gesetzt. Sie ist das hier? Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, scheiße. Ganz ehrlich. Ja, ja. 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 Denn hast Mut auf, ja. Du hast ja gefühlt drei Wochen. Ja. 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 Ja, 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 ja. Das stimmt. Hm. Wollt ihr gerade oder was? Okay. So, rückwärts hier rausgeschoben. Rauf auf dem Berg. So, jetzt muss ich den nächsten... Pedro Bay. Jetzt brauche ich erstmal den nächsten Anhänger-Shop. Scheiß, wo sind hier der nächste dichteste Anhänger-Shop? Scheiße. Eigentlich da. Eigentlich da. Gucken wir, ob ich da hinkomme. Das ist den großen Anhänger, wie du es nicht weißt. Ja, war jetzt mal interessant damit zu fahren, aber würde ich nicht nochmal machen unter diesen Feldnissen jetzt hier. Also würde ich jetzt nicht nochmal machen, ganz ehrlich. ... 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